Sag mal, Egon, weißt du eigentlich, wo die restliche Weihnachtsdeko vom letzten Jahr hingekommen ist? Ja, ich glaube, ich habe die oben gesehen. Sag mal, und wann unterschreibst du jetzt eigentlich die Weihnachtskarte für Tante Anni? Die muss weg. Ach, und denk bloß nächste Woche dran, deinen Anzug in die Reinigung zu bringen. Hm, wo hab ich eigentlich den Christstollen hingepackt? Sag mal, Hilde, sollen wir jetzt nicht ganz gemütlich Kaffee trinken? Sag mal, kannst du mal aufhören, mir immer so einen Stress zu machen? Du immer! So, Egon. Ich weiß gar nicht, wovon ich so kaputt bin. Hm. Die soll nicht aus dem Sessel springen, die ist im Eimer, die Hilde. Die Hilde ist kaputt. So, komm. Komm ran hier. Rechts der Speicher alle. Äh, voll. Ruhe am Set. Und? Was? 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 Los jetzt, komm. Okay. Jetzt auch. Los. Was?